Und alle guten Dinge, dieses Mal ist der Luke noch ganz, ganz schnell. Ich hab nicht direkt installockt. Installocker sind gerade hier so diese anderen drei Affen da. So dieser Okami und dieser Lizhoff und... Hey, 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 hey. Ja, block ich halt auch. Ach, mir doch vom Bund. Zwei Mage, es ist so gut. Okay, schauen wir mal. Und jetzt nimmt eh wieder irgendwer... Keiner von deiner Gruppe. Jetzt haben gleich drei keinen gewählt. Schau mal, was das gibt. Ein Nahkampf-Magier. Kuckuck, Tanathos, Neveskiller. Bleh. Ja, ja, okay. Verlass die Base nicht ohne Purification. Kann man da schon mal ganz dolle sagen. Kannst dir auch Sanctuary holen gegen das Tanathos und das Kuko-Ulti. Kuckuck. Ja, ja, schau mal. Ja, 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 ja. Auf in den Klampf. Auf in den Klampf. Ja, 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 ja man schon darauf nicht verschaden mache kann schon mal sagen wie sie dir gefällt die nahkampf magierin ja mal schauen wie das bei feindkontakt aussieht dann reden wir weiter so das hängt hier an in der mitte ist gleich tot ist eine gute idee allein gegen alles zu gehen und da ist gleich der nächste tot ich helfe dir mal kurz wahrscheinlich gehe ich dabei selber drauf vom damage her der hat zum glück daneben geultiert und jetzt muss ich mich selbst verpieseln du aber auch noch ein verpieseln bist ja ja ich muss erstmal wegkommen das dauert da kommt der thanatos ja gut das können wir schon wieder schön zu wendern was auch immer sich dieser chart gedacht hat da reinzugehen gegen alle leute ist doch gott menschen komisches volk und da haben sie natürlich noch mitgelegt mist alles rennt weg der scheiß shark hat volles hp und rennt weg von mir dankeschön junge ja und dann lernen wir mal wieder so sollte es nicht laufen ja warum sollte man im team spielen das wäre ja gerade so davon gekommen schätze mal du bist da reingesprungen hast mir geholfen hätte mich auch gewundert wenn es ein anderer gewesen wäre nicht nur dich und da ist wieder spaß warum 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 ja durch ist die bombe und da kommt noch etwas so vergessen mit den leuten ja die sind gerade sehr brauchbar nutzlos hier hatte wieder keiner hallo hier guckt mal mini jetzt hier ich bin da naja kann man so sagen wieso wieso gehst du da rein ja 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 ok hallo kollegen hier sind ganz viele minier die ignorieren war ja schon kurz ich hab's alle weggeholt 516 glückwunsch 516 glückwunsch Na komm. Oh man. Hallo, 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 Leute, hallo. Jupp, die spielen zusammen. Tja. Zwei sind fast low, kommt der dritte rein und hilft. So sieht's gut aus, so soll's sein. Tja, so ist es aber nicht. Nicht bei uns. Beste draus machen. Vielleicht wären sie ja übermütig. Naja, ich glaube nicht. Alter. Da kommt das Koko-Ulti. Ja, nervt mich nicht. Ich weiß, dass ich jetzt nichts ausgebildet habe. Ich will da erstmal helfen. So, jetzt. Da ist jetzt ganz viele Kill-Steals zu holen. Wer will noch nicht, wer hat nochmal. Bitteschön. Bitt... Jawoll. Nein! Boah, hat's doch wenigstens geklappt. Ich glaube, ich nehme Sanctuary doch mal. Jo, dafür bin ich jetzt tot. Ah, okay. Jo. Jo. Schwind im Stich gelassen. Hallo! 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 Ich glaube, ich nehme jetzt sogar erstmal das da. Einfach um schneller Crit zu kriegen. Hm. Sprint. Sprint. Sprint ist immer gut. Außer beim Sportabzeichen. Da spiel ich manchmal gar nicht. Das schlag ich dir nochmal als neues Format vor. Der Wolf beim Sportabzeichen. Und wir schleppen Richie mit. Oh je. Hab ich früher schon überhaupt nicht gemocht. Also als Kind. Ich habe angefangen es zu mögen, als ich herausgefunden habe, wie viel Ausweichsportarten du wählen kannst. Gab's bei uns nix. Man hat die Liste gekriegt und gab keine Variation. Okay. Dann sind es aber nicht die offiziellen Sportabzeichensachen. Ich meine schon wirklich das normale richtige Sportabzeichen. Ja. Bundesjugendspiele gedöhnt zum Kram. Bundesjugendspiele ist ja nochmal was anderes. Das ist ja über Schulen organisiert. Das ist ja wieder anders. Mhm. Bei dem richtigen Sportabzeichen hast du Ausweichdisziplin. Du kannst statt dem, was ist das in meinem Alter, 3000 Meter Lauf oder so, kannst du halt zum Beispiel auch 20 Kilometer Rad fahren in einer dreiviertel Stunde oder so'n Zeug. Ah, da hätte ich mich gefreut, wenn es sowas gegeben hätte. Da hätte ich sofort Radfahren genommen. Ja, ich auch, weil meine Knie zu kaputt sind, um 3000 Meter Lauf vernünftig durchzumachen. Richtig. Und damals waren sie halt vom Rad, war ja noch deutlich besser mit dem Radfahren unterwegs. Und dann hast du halt so Späße wie, ich muss fast 5 Meter weit sprung oder irgendwie 4 Meter noch was. 80 oder so'n Kram, ich hab die Zahl nicht mehr im Kopf. Und dann guckst du in die Ausweichdisziplin rein und so, okay, ich kann stattdessen auch 1,35 Meter Hochschmuck machen. Das ist ja niedlich. Ja, für mein Dario allergrößter, glaub ich, das ist toll. Ja, das ist so, okay, du übst einmal die Schrittfolge, dass das hinkommt und ja, dann springst du da halt mal kurz rückwärts rüber. Im Sinne von, ich lass mich mal rückwärts fallen. Lass mich durch! Oh, Leute! Ja, macht das Spaß mit solchen Leuten zu spielen. So, die Nemesis steht schon nur noch auf keiner Fountain rum. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst mit solchen Teammates. Einfach nicht mitspielen. Da kommt ein Ulti von oben, der will doch, der will mich. Ich wusste es, dass er mich will! Ja, ich will ihn auch. Ich hätte ihn auch gerne gehabt. Aber in dem Fall bin ich froh, lebend davon gekommen zu sein. Oh, kümmert euch mal um die Minions zumindest! Ja, ich musste heilen. Ja, du! Aber der Hades und so hätten ja mal was tun können. Aber, naja, wir hatten das Thema ja schon. Na! Super, Skull hat mich gef... Entweder man spielt defensiv und man erreicht hier im Moment nix, weil das andere Team nicht mitspielt, oder man spielt offensiv und geht zu oft drauf. Ja. Ja. Hallo! Die rennen weg! Die sind alle voll! Hier sind Minions! Ihr Pappnasen hier, Elenden! Tja, nutzlos wie nur irgendwas. Warum sollen wir mitspielen? Du bleibst mir jetzt schön stehen! Das! Für die Genugtuung! Schick! Ich hole mir mal... Ah, ich bin eigentlich noch gut dabei! Ja, mache du das! Wenn es kriegst! Ja, das ist dieses Problem, wenn das Ding... Es fällt ja hin, dann liegt es da, aber du musst noch mal raus und wieder reinlaufen. Der Attack liegt, wenn du es haben willst. Okay. Damage oder Speed? Ah, Speed! Speed ist gut! Hallo, Sküller! Hallo, Kuckuck-Ulti! Na, Sküller, das hättest du jetzt nicht gedacht! Scheiße, wenn der geholen Crit hatte! Und ich bin... Ich habe hier gerade mal eins fert... Eins fertig davon! Crit, 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 Crit! Mal gucken, ob mir jetzt einer helfen kann! Ja, los, Jumper! Jum... Jumper, tu was! Jumper! Gar nicht mal so toller Film! Ja, echt nicht! Aber die Bücher sind gar nicht mal so schlecht! Hab ich noch nicht gelesen! Weil sie halt für den Film mal wieder das, äh... Komplett über den Haupt geschmissen haben! Dieser ganze Mist mit, äh... Paladin und so aus dem Film ist... Gibt's im Buch nicht! Ach, Gottchen! Böse! Ja, verdammt! Und der kommt noch weg! Und leider kein Ulti! Halt, Stopp! Wieviel brauche ich noch? Naja, es lohnt noch nicht! Einen guten Lauf jetzt, dann kann ich mir den... Kann ich mir den... Schuh hoch auf! Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Komm, stürb, 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 stürb! Da kommt der Koukoulti! Ja! Und ich Ulti mal dazwischen, dass ich wenigstens wegkomme! Ja, wenn sie nicht stehen bleiben, haben sie richtig Pech! Sooo... Komm, nimm erst mal das da! Dich nehm' ich noch mit, Thanatos! Sehr schön! Dein Bürzel steht auf meinem Fahrplan! Da haut die Skull einmal richtig drauf! Erst gestallt und dann einmal mit Multi rein! Das hört sich so gut an! Superkill Diamond! Nice! So, wenn dieses Team jetzt noch ein bisschen besser zusammengespielt hätte... Hätten wir das relativ einfach gewonnen! Oder zumindest so frühzeitig drehen können! Aber zumindest ist es keine Totalvergewaltigung mehr! Ich muss sagen... 307, 307, 307! Auch mit meiner Abneigung von Nahkämpfern spielt sich die Freya echt cool! Da kommt wieder ne Skuller! Und da kommt Multi! Ich muss weg! Und da kam der Thanatos! Ja! Das war's! Ja! Aber hätte schlimmer ausgehen können! Deutlich schlimmer, ja! Und ich hab' irgendwie die Hälfte der Kills in unserem Team! Ich hab' jetzt gar nicht drauf geachtet weiter! Das gab ganze fünf Worshipper! Woop woop! Hm! Gigi will playen! Nicht auf unserer Seite! Ja, vielen Dank für's Zuschauen Oh, solche Runden gibt's mal Der Hades mit Schirm 1,10 Der Chark mit 2,10 Ohne die beiden Wäre das anders gelaufen Richtig, bis zum nächsten Mal Tschüss